Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 323. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, ich hatte von meinen Golfschwierigkeiten erzählt, desaströse Ergebnisse, die ich da zuletzt eingespielt habe und dann habe ich konsequent mal eine Trainerstunde gebucht für den Great Reset, um mal wieder einigermaßen in die Spur zu kommen. Und es ist ja dann mit so einem Profi auch immer wahnsinnig einfach, weil der halt einfach Fehler sieht und schon im Zweifel anhand der Flugbahn des Balls sagen kann, was man falsch macht. Und genauso war es auch diesmal. Es hatten sich ein paar Fehler eingeschlichen an der Art, wie ich den Schläger greife und am Schwung an sich. Da war ich nicht nah genug am Körper und habe dann die Schlägerfläche quasi zu offen gehabt. Das heißt also, der Ball wurde nicht im 90 Grad Winkel getroffen, sondern mit so einem leichten Versatz und dann flog der halt sonst wohin. Und wenn man dann auch noch vergisst, tatsächlich zuzuschlagen, das muss man beim Driver zum Beispiel machen, dass man nochmal aktiv aus dem Handgelenk dem so einen kleinen Knuff mitgibt, dann fliegt er auch nicht besonders weit. Und entsprechend habe ich dann am 30. bin ich mit neuem Elan auf eine mittägliche Runde gegangen. Wir hatten zwar vormittags eine Sturmwarnung, aber die war, also die ging ursprünglich mal bis 11 und dann wurde sie aber schon vormittags wieder aufgehoben. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich mal schön spielen kann. Es war zwar windig, ich war so gegen 20 vor 12 auf dem Platz und hatte mir dann auch noch ein Kart gegönnt, also so ein Elektroauto, mit dem ich dann unterwegs war. Es war spannend, sagen wir es mal so. Also erstmal, es hat alles so funktioniert, wie ich das kannte, mit einigen Einschränkungen, dass ich immer mal noch irgendwie den Ball dann doch wieder nicht richtig getroffen habe. Das ist aber eine Sache, beim Trainer auf der Kunstrasenmatte ist das immer nochmal was anderes als auf der echten Wiese. Das ist alles nicht so schlimm. Und das Ergebnis war aber insgesamt ganz gut, auch wenn ich nicht gezählt habe, das fühlte sich alles sehr, sehr richtig an. Und ich habe mehr Bälle getroffen, als dass ich nicht getroffen habe. Und die Zahl der Schläge, die war dann auch in Ordnung. Ja und mit diesem Kart, das war einfach so eine spontane Entscheidung, weil ich gedacht habe, ich gönne mir heute mal was. Und es war halt auch einfach mal nichts los, weil es wahnsinnig windig war. Wir hatten irgendwo zwischen 6 und 8 Windstärken, wird das durchaus gewesen sein. Also es war schon ordentlich pustig auf dem Platz, aber super Wetter. Also es war warm genug, es war sonnig, das hat richtig Spaß gemacht und dadurch, dass einfach mindestens 20 Minuten vor mir und ewig nach mir niemand abgeschlagen hat, fühlte sich das über weite Strecken an, als wäre das mein Privatgolfplatz. Ich war komplett alleine, bin da schön mit der Karre durch die Gegend gefahren, dann braucht man natürlich auch nicht ganz so lange wie zu Fuß. Weiß ich nicht, habe ich irgendwo zwischendrin ein paar Greenkeeper getroffen, haben kurz geschnackt und irgendwie an der 15 waren dann tatsächlich mal Leute vor mir. Und ja, da hatte ich abgeschlagen und kam so um den Knick, die waren, macht da so einen Rechtsknick. Und da sah ich, dass die gerade am Grünen angekommen waren und da habe ich gedacht, weißt du was, egal, habe meinen Ball aufgehoben, mich in meine Karre gesetzt und da bin ich an denen vorbeigefahren, habe freundlich gegrüßt und an Loch 16 abgeschlagen. Und das war total in Ordnung, weil ich die dann, also ich war so schnell fertig, dass ich die auch gar nicht mehr hinter mir gesehen habe, das war toll. Achso, was ich auch noch hatte, wir waren ja am Tag der Bundestagswahl, so ein bisschen die Reihenfolge hier durcheinander bekommen die zeitlicher, aber Golf steht halt in der Themenliste immer ganz oben als Platzhalter schon drin. Am Tag der Bundestagswahl habe ich mich mit Marco getroffen vom Camping-Caravan-Podcast und wir haben die Campingmesse in Rendsburg besucht. Caravan & Co. hieß das Ding, hatten wir Pressekarten, weil wir halt gesagt haben, Mensch, Campingmesse bei uns im Bundesland, da müssen wir hin, da müssen wir was zu machen. Wir hatten also entsprechend ein bisschen Aufnahme-Equipment eingepackt, also ich, und haben uns dann da übers Messegelände treiben lassen und ja, das war, also wie es war, hört ihr tatsächlich schon in der aktuellen Folge vom Camping-Caravan-Podcast. Die ist schon relativ kurz nach unserem Besuch auch online gegangen und es war tatsächlich ganz nett. Es waren sehr händlerfokussiert, also es waren überwiegend Wohnmobil-Wohnwagenhändler, die da waren, wenig Zubehör und so einige Servicefirmen, was weiß ich dann, die irgendwie so Werkstattbetriebe, die Solarzellen einbauen oder dir deinen Kastenwagen nach Wunsch ausbauen, solche Geschichten, wo ich jetzt so ein bisschen drauf gehofft hatte, war, dass es ein wenig so den einen oder anderen Zubehörhändler geben könnte, wo man vielleicht so einen kleinen Messeschnapper machen kann, da hätte ich irgendwie Spaß dran gehabt, aber mein Gott, war nicht, ist dann so. Es war, wie gesagt, insgesamt sehr nett. Wir haben ein paar launige Interviews geführt, alles ganz locker, ohne großen Anspruch jetzt an irgendwelche Standards, sondern halt so, wie uns die Fragen in den Sinn kamen. Wir hatten da auch nicht besonders viel vorbereitet und dann waren wir, ich weiß nicht, ich glaube zwei Stunden oder sowas waren wir da und sind dann nochmal da am Ausgang vom Messegelände. Das war ein Dönerladen Rikos, wo ich mir dann einen leckeren Döner geholt habe, den haben wir am Kanal verzehrt und danach gab es auch noch ein leckeres Eis. Das war also schon mal ein runder Start in den Tag, das hat richtig Spaß gemacht und es war vor allem ein Start in den Arbeitstag, denn nach Döner und Eis habe ich mich mit den Kollegen im Studio getroffen und wir haben dann über die Bundestagswahl berichtet. Wir haben uns um 16 Uhr getroffen, um schon mal so ein bisschen vorzubesprechen, was machen wir und wie machen wir das und wo fehlen uns vielleicht noch Ansprechpartner, worauf müssen wir achten und haben auch den Applauswort durchgesprochen, alles schon mal vorbereitet und dann ging es also in Kiel los um 18 Uhr mit einer Sondersendung zur Bundestagswahl und da haben wir dann aus den Studios jeweils Dinge zugeliefert. Wenn es irgendwo besondere Ergebnisse gab, dann war das Thema, dann hatten wir noch ein paar Bürgerentscheide, die bei uns waren, das haben wir alles verfolgt und solche Geschichten. Ja und das haben wir also im Programm irgendwie dargestellt, einmal wirklich sehr regional für unsere Region und dann nochmal fürs Gesamtprogramm. Ging dann so bis 23 Uhr, da hatten wir eigentlich alles soweit erledigt. Es waren dann aber noch so ein paar Sachen offen, die einfach noch nicht fertig ausgezählt waren und dann habe ich ja gesagt, gut, dann mache ich jetzt eine kleine Dienstunterbrechung, eine kleine Pause, sprich der Heimweg war dann die Pause und ich habe dann zu Hause noch ein bisschen weitergearbeitet, die letzten Details noch fertig gemacht und dann war es irgendwie, weiß ich nicht, eins oder so, bis wir dann wirklich fertig waren mit dem Ergebnisdienst und dann bin ich sozusagen in eine freie Woche gestartet, die eben mit Golftraining und so weiter kumulierte. Ja, ansonsten war das Wochenende ganz schick. Am Donnerstag, am 30. ist meine Twitter-Timeline explodiert mit Geburtstagswünschen, das war total schön, sehr liebe Nachrichten, die ich da bekommen habe. Es gab ein bisschen Post und am Freitag haben wir ein klein wenig gefeiert. Meine Eltern waren da und ein paar liebe Freunde, längst nicht genug. Es waren tatsächlich mehr Leute, als ich mich quasi wohl gefühlt hätte, wenn wir in unserem Wohnzimmer gefeiert hätten. Wir haben dann den Gemeindesaal gemietet, damit wir einfach mehr Platz und mehr Abstand haben. Und das war auch genau richtig so, das war in Ordnung, aber am Ende fehlten dann halt doch ein paar, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre schön, wenn ich die auch noch hätte einladen können. Aber irgendwo muss man halt auch einfach einen Schlussstrich ziehen, mit dem eigenen Wohlbefinden eigentlich begründet, denn von der Landesverordnung her, private Treffen sind jetzt mit bis zu 25 Personen erlaubt, auch in geschlossenen Räumen. Und dabei werden Kinder unter 14 sowie genesene und geimpfte Personen nicht mitgezählt. Das heißt, es gibt effektiv keine Begrenzung mehr, um sich mit Leuten zu treffen. Und wie gesagt, da ist dann einfach das eigene Wohlbefinden. Die Frage, wie viele Leute möchte ich im Augenblick um mich herum haben? Und das waren halt alles Leute, von denen ich weiß, dass sie zumindest geimpft sind. Einige haben, soweit ich weiß, sogar einen aktuellen Test noch gemacht, bevor sie angekommen sind. Das fand ich ganz großartig. War ein schöner Abend. Wir haben einfach, also es ist jetzt nicht irgendwie eskaliert oder dergleichen, haben zusammengesessen, haben ein bisschen Knabberkram auf den Tisch gestellt. Und eigentlich hatte ich zwei Töpfe Chili gekocht. Die sind mir aber tatsächlich über Nacht verschimmelt. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also ich habe irgendwie Donnerstagmorgen, weil der Hund mich so früh wach gemacht hat, habe ich gedacht, gut einschlafen kannst du eh nicht mehr. Dann kannst du auch kochen. Und habe also Roddys Chili-Rezept zubereitet. Und das schmeckte auch beim Testessen am Donnerstagmittag ganz gut und hervorragend. Und ich dachte so, ja, der eine, wo die Schärfe drin ist, der wird wohl Richtung kurz vor Waffen fähig gehen, wenn der nochmal über Nacht durchziehen kann. Ja, und dann ist halt passiert, was passiert ist. Keine Ahnung, wie es dazu kam. Ich stelle mir vor, dass vielleicht einer von den Champignons so einen leichten Hau hatte. Und dass der sozusagen schon leichte Schimmelsporen entwickelt hatte. Tja, weiß ich nicht. Der hatte dann genug Zeit und genug Wärme und genug feuchtes Milieu, um sich auszubreiten. Und da war dann auch klar, wenn oben auf schon Schimmel angekommen ist, dann zieht sich das einmal komplett durch den ganzen Topf. Also da war nichts mit Abschöpfen und nochmal probieren, ob es nicht doch geht. Das haben wir sauber in insgesamt sechs Müllsäcken entsorgt und in den Restmüll getan. Und dann sehr kurzfristig noch Partypizza bestellt. Das war natürlich dann in meiner Panik, habe ich es vielleicht einen Hauch übertrieben. Wir hatten also fünf Partypizzen für knapp 20 Leute. Das war dann doch am Ende ein bisschen viel. Also wir hatten dann am nächsten Morgen, also wir hatten an dem Abend, wurde schon ganz gut gegessen, fand ich. Pizza Hawaii war die, die als erste leer war übrigens. Das ist so die, die immer für Kontroversen sorgt. Wenn es bei uns auf Social Media darum geht, gehört Ananas auf die Pizza. Das war eine ganz klare Abstimmung. Die war die erste, wo nichts mehr übrig war. Und die anderen, also ja, die hielten dann noch über den Abend und morgens zum Frühstück und zum Mittag und zum Abendbrot. Und tatsächlich habe ich, ja gestern, gestern Abend haben wir die letzten Stücke vertilgt, die hier noch übrig waren. Also da hätten es auch irgendwie drei Partypizzen getan. Gut, ich habe es auch, wie gesagt, ich war so ein bisschen irgendwie zwei Stunden oder Stunde vor Beginn der Party, habe ich gemerkt, das Essen ist schlecht. Was machen wir, was machen wir? Und habe dann, es gab dann noch die Überlegung, ob wir noch neu kochen oder dies oder das. Und ich fand das alles zu stressig und habe dann halt einfach in einer Panikattacke was bestellt. Und dann hatten wir natürlich das in Anführungszeichen Problem oder was, was die Lage noch verschlimmert hat. Wir hatten ja schon Baguette zugekauft als Snacks. Und das lag nun rum und dann war die Idee, dass zumindest ein Teil dessen nicht ganz vor die Hunde geht. Und dann ist Gesche also nochmal losgefahren und hat bei einem örtlichen Spezialitätenhändler noch ein paar Käsepasten gekauft. Das war also insgesamt einfach viel zu viel Essen. Aber was willst du machen? Das war alles sehr aufregend. Ja, achso, ich hatte überhaupt nichts über die Bundestagswahl, über das Ergebnis gesagt. Das ist ja allgemein bekannt, da muss ich mich nicht weiter zu äußern. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass die Koalitionsverhandlungen gut verlaufen, um das mal so zu sagen. Es sieht ja im Augenblick danach aus, aber trotzdem der Warnhinweis. Ich bin der Meinung, dass Armin Laschet niemals Bundeskanzler werden darf. Drückt die Daumen, dass das nicht passiert. Lasst es euch gut gehen und bis bald.